Dieser Spieltag wird Ihnen präsentiert von der ISP GmbH. Die Potsdamer Adler sind auch weiterhin im Aufwind. Nachdem bereits die letzten beiden Spiele erfolgreich gestaltet werden konnten, gab es auch heute einen eindeutigen 35 zu 26 Kanter-Sieg gegen die Tabellen-Schlusslichter von Hannover-Burgwiedel. Alles in allem denke ich, dass wir heute eine starke Teamleistung geboten haben, dass es von jeder Position wirklich Einflüsse gab. Jeder konnte sich einbringen, alle haben getroffen. Wir haben wirklich dauerhaft über 60 Minuten zusammen an einem Strang gezogen. Auf dem Papier war es natürlich eine Pflichtaufgabe für die Adler. Die Tabellensituation der Gäste ist aber aufgrund vieler knapper Niederlagen etwas trügerisch. Und so schwor Daniel Deutsch sein Team bereits im Vorfeld darauf ein, die Hannoveraner nicht zu unterschätzen und auch hier Vollgas zu geben. Und das tat seine Mannschaft dann auch von Beginn an. Vor allem im Abschluss waren die Gastgeber eiskalt. 18 der 20 Torversuche konnten sie im ersten Durchgang erfolgreich abschließen und hatten so bereits nach einer Viertelstunde eine Sechs-Tore-Führung inne. Absolut herausragend war auch wieder einmal Torwart Fabian Pellegrini. Mit neun Paraden alleine im ersten Durchgang bereitete er den Gästen regelrecht Kopfschmerzen. Alles in allem eine starke erste Hälfte, die auch mit einer klaren 18 zu 12 Führung belohnt wurde. Ja, in der ersten Halbzeit machen wir glaube ich 18 von 20 Versuchen rein im Tor. Das ist eine unglaubliche Quote. Defensiv waren glaube ich 11 oder 12 Gegentore auch okay. Von daher können wir uns nicht beschweren und haben eine super erste Halbzeit gespielt. In der zweiten Halbzeit passierte dann eigentlich nicht mehr viel. Die Potsdamer waren weiterhin das überlegene Team und hielten die Gäste durchgehend mit sechs, sieben Treffern auf Abstand. Nur selten gelang es der Hannoveranern, selbst einmal Tempo zu machen und wie hier die Adlerabwehr zu überrennen. Die Gastgeber legten in der Schlussphase dann sogar nochmal eine Schippe drauf und bauten die Führung zeitweise auf elf Treffer aus. Auch Joe Böde, der heute nach langer Verletzungspause seine ersten Spielminuten der Saison absolvierte, konnte mit einem Doppelschlag kurz vor Schluss noch einmal ein Zeichen setzen. Am Ende war es ein verdienter Heimsieg, der die Potsdamer nun bis auf den achten Tabellenplatz klettern lässt. Ja, ich bin sehr glücklich, dass wir jetzt auch mal so ein Spiel in der Saison hatten, wo wir relativ wenig kämpfen mussten im Endeffekt oder in der Schlussphase sag ich mal und das Ding mehr oder weniger runterspielen konnten. Mit drei Siegen in Folge ist die Unsicherheit der letzten Wochen nun vollends verflogen. Perfektes Timing, denn am nächsten Samstag geht es nach Oranienburg zum Brandenburger Handballderby gegen die Dauerrivalen vom OHC. Dieser Spieltag wurde Ihnen präsentiert von der ISP GmbH. J Bis zum nächsten Mal.